Was ich mich ja die ganze Zeit schon frage. Ich habe ja die DLCs gekauft, bis auf eins. Das mit den Vampiren, da hat es nicht mehr... Da habe ich falsch Geld kalkuliert, ist ja egal. Und da kann man ja auch oft Drachen reiten. Ich frage mich, erstens, warum ist die Musik hier gerade so merkwürdig? Und zweitens, wann und wo genau kommt das? Kommt das erst zum Schluss? Ich weiß es nicht. Hier, da kann man es beim Laufen beobachten. Hier, Moonwalk. Laufen wir rückwärts eigentlich genauso schnell wie vorwärts, wenn wir nicht rennen? Ich glaube nicht, gell? Wir sind ein bisschen langsamer. Ich glaube ja. Aber nur minimal. Der würde jetzt gleich wieder sagen, hey, ich kenne euch doch. Hallo. Wartet! Ich kenne euch doch. Habe ich nicht gesagt. Da oben. Da oben ist gerade irgendwas durchs Bild geflackert. Da oben sind die Graubärte. Von denen haben wir jetzt keine neue Mission bekommen, gell? Da ist nur das mit dem einen Wort der Macht, das hinten irgendwo ganz im Westen ist. Vom Weg abkommt. Guten Tag, die Herrschaften? Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Ich glaube nicht. Ich bin ein Stadthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Was macht ihr in Himmelsrand? Wir sorgen dafür, dass euer Kaiser seine elfischen Gebiete nicht angelogen hat, als er sich damit einverstanden erklärte, dass das Kaiserreich falsche Götter und törichte Glauben aufgeben würde. Oh, ich glaube Babas. Geht jetzt. Babas ist wieder da. Bist du ein Sturmmantel? Moment, wir tun... Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Verfehlt, verdammt. Ich hätte ihn getroffen. Ich dachte schon, da kriegt sie nicht mit. Ähm, Moment. Ich rustiere mal ganz glücklich auf. Wo ist er hin? So, hi. Aber echt, ich hab's nicht befreit. Übrigens. Halt, warte. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Okay, reden mit uns will er nicht. Wir nehmen... Ach, wir nehmen einfach alles mit. Wir hatten den, der ist der Fall natürlich weg. Wir hatten den voll ins Rückenmark geschossen und der lebt noch. Mhm. Ich verstehe. So, hier, die Elfen einfach rausziehen. So. Da hat sich doch die Reise zu früh schon gelohnt. Wir haben tolle Dinge getroffen. Okay, nein, wir hatten schon mal Talmor, Leute. Das stimmt nicht ganz. Aber wir haben... ...den Gefangenen gerettet. Wir sollten das in Zukunft also immer so machen, dass wir die Gefangenen nicht befreien, bevor wir die anderen nicht alle hingelegt haben. Bevor sich die anderen nicht zur Ruhe gebettet haben. Weil... Hä? Ach, da. So. Monarch fällt einfach aus der Luft gepflückt. Ähm... Was wollte ich sagen, verdammt? Nicht befreien, weil... Ach genau, weil die schaffen ja immer nicht, die haben ja immer keine Rüstung und sterben. Das lohnt sich ja immer überhaupt sonst nicht. So, jetzt sind meine Hecklech da. Da flattern Vögel weg. Irgendwie zieht's uns immer wieder nach Flusswald, ne? So, da ist... Die erste Stadt, wo wir... ...quasi... ...wo wir eigentlich richtig spielen konnten, weil Helgen zählt ja nicht wirklich dazu. Und jetzt... Was? Was? Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Was hab ich denn getan? Hallo? Hallo, was hab ich getan? Redet doch mit mir. Äh... Was genau? Haben die für Probleme? Gnade! Lüht ja voll am... ...Menschen zerfleischen. Was haben wir gemacht? Also... Wirklich jetzt? Jetzt haben wir den Albor umgefragt, na toll. Ich... ...nehm mir das mal her. Wir haben uns ja... Wir hatten ja nicht mal unsere Waffe draußen. Wer hat denn nicht drauf? Doch, doch, wir haben ja unsere Waffe. Wo ist der andere hin? Da flog ein Pfeil. Na, Glückwunsch, jetzt löschen wir den ganz... äh... Flüsswald aus, oder was? Wir waren doch zuletzt hier, als wir das Pfeil abgehoben haben. Da müsste ich schon besser sein! Ist mir... was passiert, oder was? Oder aufs Ruhm zu zappeln? Guck mal, sogar die Frau kommt! Ich bring euch um, wenn ich es muss! Bei den Göttern, nein! Ich laufe mal rein! Euer Ende ist weg! Greifen wir uns hier drin auch an? Vor allem greift uns Delfin auch an? Was? Moment! Jemand muss mir helfen! Was? Was ist denn passiert, verdammt? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Das ist eines der ersten Lieder, was ich gelernt habe. Ich... fliehe mal ganz kurz. Es gibt kein... Warum hat er denn euren Postbeirat? Warum tun die sich gegenseitig weh? Ja, das riecht ich auch gern mal! Ihr seid so gut wie tot! Warum denn? Redet doch mit mir! Nein, lass mich in Ruhe! Ich schwimme weg! Tschüss! So, ich verstecke mich erstmal unter der Brücke! Wir müssen neu laden, das geht ja sonst nicht! Gut, das ähm... Ist jetzt nicht so toll! Aber hinterher kommen sie jetzt nicht, gell? Die prügeln sich jetzt mit Lydia wahrscheinlich. Was zur Hölle haben wir gemacht, dass die alle wütend auf uns und das ganze Dorf fallen? Das war ja nicht nur einer! Oder die Wachen, das hätte ich ja verstanden! Wir haben ja schon ein bisschen... Spaß gehabt! Okay, Barbas lebt noch! Lydia auch! Hast du alle umgebracht oder was? Lydia ist noch ganz aufgeregt! Ihr hättet in euren kostbaren Elfenwäldern bleiben sollen! Was genau hat sie? Was genau? Da ist noch jemand auf der Karte, aber ich seh niemanden! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen! Was zur Hölle ist hier los? Also ich lauf jetzt noch ein Stück rum, ich lad mich gleich neu! Ich seh da überhaupt niemanden! Ich guck da gleich mal! Ich guck jetzt, weil ich ins Wasser gefallen bin! Daaa! Na du! Ich kann doch hier jetzt auch nicht alle einfach umbringen! Das geht doch nicht! Das sieht ein bisschen gruselig aus, aber okay! So! Schwimmt er weg? Natürlich schwimmt er weg! Ich seh, hat er irgendwas dabei? Irgendwas, was uns Infos gibt, was hier passiert ist? Ne, das ist der Brief? Nö! So! Jetzt, äh, sieht uns niemand mehr, gell? Ne! Jetzt geh ich nochmal ins Dorf! Lydia? Ach, da hinten! Okay! So! Ich komme in Frieden! Ich hab nicht mal Waffen... Was war das? Ist das alles, was ihr könnt? Was zur Hölle haben die alle? Ich... Muss neu laden! Verdammt! Da sind wir rausgekommen! Da sind wir mal rausgekommen! Da sind wir mal reingegangen! Da sind wir aus... 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 Weißlauf! Was ist da los? Was? Also wenn... Wenn die jetzt uns immer wieder angreifen, dann haben wir wirklich ein Problem! Weil... Wir dann die Quest nicht weitermachen können! Hm... Hm... Ist ja komisch! So... Aber hier greift uns niemand an, ne? Nö! Hab ich denn was vergessen? Haben wir irgendwas verbrochen oder so? Also... Ich wüsste doch, wenn wir da was Schlimmes angestellt hätten! Als wir das letzte Mal dort waren, da haben wir Delfin zum ersten Mal getroffen... Und dann ist die zu dem Graf nach Tünnesheim schon gegangen und wir sind auch nach Falkenring gelaufen! Wir haben auf dem Weg niemanden im Dorf getötet! Wir haben einmal eine getötet! Ja, das stimmt! Pass mal auf, ich teste jetzt mal was aus! Ich rede mal mit der Wache! Das würde zwar überhaupt nichts bringen, aber egal! Hi! Wartet! Ich kenne euch doch! Das ist ganz sicher kein Fehler! Ihr seid ein gesuchter Mann! So... Wir sagen mal... Wir... wir... wir bezahlen! Auch gut! Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren! Dann könnt ihr gehen! Bis zum nächsten Mal! So, das ist okay! Ich glaube, wir hatten nicht allzu viele gestohlene Sachen mit! Jetzt dürften wir nicht mehr gesucht werden! Glaub ich! Hat das was damit zu tun, dass wir die Talmo hier auf dem Berg gerade getötet haben? Nee, das glaube ich auch nicht! Da läuft jetzt ein Pferd! Mitmensch! Hallo! Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern! Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen... Jetzt geht weiter! Ja, ja, es wird auf mich voll zu quatschen! Wir lassen die jetzt auch mal in Ruhe! Ich will wissen, was da im Flusswald passiert ist! Und ich weiß wirklich nicht, was wir machen, wenn die uns immer wieder angreifen! Vor allem sogar, als wir die Waffen nicht gezogen hatten! Normalerweise... Bei den Wachen ist es ja so, wenn man die Waffen weglegt, wenn man sich mit denen kloppt, dann hören die auf, einen anzugreifen! Und... Nehmen einen dann in Gefang, aber die haben uns ja... Die sind ja einfach reingelaufen, die haben uns angegriffen! Jetzt bin ich mal gespannt! Wie unser Bogen! So bin ich gespannt! Wie die Bogen-Szene! So, pack das wieder weg! Wir wollen ja friedlich ins Dorf kommen! Hallöchen, ich bin's! Derjenige, der nichts getan hat! Für dich auf den Boden! Schrauben und den Karten!